Schau mal! Ich kann zum Beispiel auch so hoch springen. Der ist immer so gut bogen. Die Flosse ist schön knusprig. Knopfig! Den Besten gibt's im Eischkott. Da ist halt eine Fahne immer drin. 180 Euro. Und ein Kleider so von 5 bis 8. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann kommt er doch ins Eischkontag. Karpfenmuseum! Und nicht vergessen, ab September sind wieder Karpfenschmeckerwochen. Und dann...